Den habe ich Nein jetzt hat er mich einfach mit der Axt getötet. Das kann doch nicht wahr sein. Schon das erste mal Der zweite kill wird von der Axt ausgelöst Hat im Clan mitgemacht und Mann ey Ja ich respawn und dann werde ich abgeschossen. Schande Die schon wieder von hinten man ich werde immer entweder ich werde immer geaxtet Und Hallo Freunde und hier sind wir zu ja minecraft rage mode ich schaue wie ich mich jetzt hier so schlagen werde Und Jetzt so hinbekommen nämlich mittlerweile liegt mir irgendwie alter wie hat der abgeschossen Mittlerweile liegt mir jetzt nicht möglich in jeder modus Okay gut da ist jemand Perfekt den habe ich Nein jetzt hatte mich aber mit der Axt getötet das kann doch nicht wahr sein schon das erste mal Der zweite kill wird von der Axt ausgelöst Alter der leckt etwas rum und dafür schaffte das Nicht wirklich toll oder ich lege gerade Weiß es nicht Aber hier packen irgendwie so alle in die kleinen Wände Wenigstens laufen flüssig Und ich werde jetzt auch gerade ständig umgebracht Also ich hätte mich vorerst noch aufwärmen können So jetzt nochmal hier rüber Aber ich habe jetzt nochmal alles mir angeschaut Es lief alles gut Auch das internet Und das alles also Kann ich jetzt nochmal nachschauen Ja das ist okay also Also ich weiß jetzt nicht was hier wirklich los ist Und mittlerweile auch allgemein in Minecraft Irgendwie Ja Packt ihr schon Oder Leckt es Also den habe ich nicht glaube ich Aber ich habe einen Doch ich habe einen getötet Aber halt eben Ja Für die Topspitze reicht es nicht Irgendwie momentan Bin ich auf so einem Niveau Also ich bin wirklich abgeschrieben Das hat auch was damit zu tun Ich hatte wirklich Minecraft Pause Und das ist auch jetzt nicht wirklich meine Map Ich bin jetzt eher der Typ Der jetzt vom Weiten schießt Was und warum trifft der Fast jeden Pfeil Das ist Das ist schon wirklich komisch Perfekt Das habe ich hier beide bekommen Dort hat mich gerade eine von hinten abgeschossen Er hat jemand auch schon 24 Kills Okay Nein da hat schon jemand gewonnen Alter wie schnell das einfach geht Okay So mal gucken Ja das waren zwei Minuten Alter die Eine der schnellsten Runden Rage Mode Die ich hier noch hatte Ich habe immer noch einen Bogen Alter funktioniert Nämlich immer Schade Also ja dann Sehen wir uns jetzt gleich In der nächsten Runde Also dann Ja Bis gleich Ja hier sind wir jetzt Zur zweiten Runde Rage Mode Ich hoffe mal Die hier läuft besser Doch bei den anderen Das hat auch am Ende der Runde geschrieben Ich glaube das habt ihr gesehen Ob er laggt Aber der war auch schon Kann man so sagen Auch schon Hat im Clan mitgemacht Und Mann ey Ja ich respawner Dann werde ich abgeschossen Schande Weil das ist auch nicht wirklich meine Ich habe halt eben die alten Maps Ich glaube ich weiß von wem Nein von dem hier Okay gut Ah das war nur ein Kill Der mir gerade Gezogen wurde Nein Och Den habe ich jetzt nicht bekommen Den Alex Ich glaube da oben ist jemand Ups Alter Den habe ich jetzt Ich hoffe mal Ich werde jetzt Ich fack jetzt nicht mehr wieder rum Oh 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 Schande Da waren jetzt einfach mal zwei Aber komm ich muss das jetzt auch mal langsam hinbekommen Und ich mag nicht diese ständige Wachs zurück Aber Es haben hier mehrere Gerade also mehrere Haben hier gerade Internetprobleme Das hat dann höchstverständlich auch wieder was mit dem Server zu tun Denn momentan Irgendwie immer wenn ich so große Aufnahmetermine habe Läuft es entweder nicht im Ingame Wie man jetzt schon gerade sieht Oder Halt eben das Problem ist Einfach die Server wollen nicht Und halt eben Ich möchte auch mal langsam wieder Auch mal ein PvP-Projekt haben Und ich möchte euch jetzt auch mal ständig Nicht die Skyros und sowas bringen Und das Ganze So Und habe ich jetzt Brauche ich jetzt noch ein paar Ich habe fünf Ich hätte gerne mehr So Die schon wieder von hinten Mann ey Ich werde immer entweder Ich werde immer geaxtet Ich werde irgendwie immer geaxtet Aber der hier einfach mal gar nicht So Den habe ich Die gibt noch eine Axt Dann schaue ich mal Ein wenig die nutze So Perfekt Getötet Nein Alter Der weiß was er wirklich tut Okay Also der hat es wirklich traut Okay gut Da habe ich gerade jemanden getötet So Hier hinter Ist da jemand Ach man ey Okay Aber wenigstens habe ich ihn bekommen Jetzt muss ich halt eben Einfach weiter mal machen So Habe ich auch wieder bekommen Also Langsam komme ich wieder rein Ich hoffe mal Es ist jetzt nicht nur von kurzer Dauer Sondern auch halt eben Länger Was ich auch so Es länger schaffe Drin zu bleiben Ach nee Schon wieder Okay gut 13 Kills Hab der Geht es auch mal hier mal wieder hoch Oder Es heißt hier mal wieder Einmal hoch Hab jetzt Gar keinen gefunden Aber Man kann ja mal weiter suchen Der Alex Der hat jetzt schon 24 Kills Der kann das noch reißen Aber Hat es schon Aber Ja Ich habe mir den zweiten Platz Das ist komplett okay GG auf jeden Fall Und ja Ja und dann sage ich jetzt mal Wenn euch diese Folge gefallen hat Also ich nehme jetzt nicht an Dass er hackt Aber Okay gut Dann warte ich mal Bis da Bis jetzt halt eben Bis ich jetzt Hier bin Okay gut Ja und dann sage ich jetzt mal Wenn euch diese Folge gefallen hat Geh einen Daumen nach oben Und teilt deinen Freunden mit Und ihr könnt mich auch unterstützen Er nehm ich abonniert Dann sage ich Bye Mit Bye Bye Bye